Ja, willkommen meine lieben Freunde zu endlich mal wieder einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de Ihr fragt euch sicher, Junge, was war denn schon wieder mit dir los? Warum hast du keinem Video so geladen, knapp über drei Wochen lang und was ist passiert? Ja, ich muss erstmal grob sagen, um wirklich jede Sorgen irgendwie beiseite zu wischen, weil ich habe Kommentare und Nachrichten bekommen im Sinne von Junge, lebst du noch? Ist dir irgendwas passiert? Bitte melde dich einfach mal, einfach nur ein Zeichen, dass du noch da bist. Und dann habe ich auch auf Twitter geschrieben, ja Jungs, ich lebe noch und auf Instagram habe ich auch noch gesagt, dass bald wieder was kommt. Aber es war halt einfach mal, wie soll ich das beschreiben? Es ist nichts passiert, also keine Sorge, alles ist gut, mir geht's super. Es ist einfach mal eine kleine Zwangspause gewesen von YouTube. Ich weiß nicht, die sind einfach unangekündigt und es wurde einfach mal Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Abstand von YouTube bekomme und von all dem, was da so abgeht. Keine Ahnung, wir gehen da wirklich vieles gegen den Strich, immer noch. Aber jetzt ist halt wieder die Zeit, wo ich wieder Bock habe und wo ich einfach auf alles andere pfeife und einfach mein Ding wieder mache und alles hochlade, was ich möchte, etc. Und ja, das tat einfach unglaublich gut, mal zwei oder drei Wochen am Stück nichts irgendwie, also nicht irgendwie unter Druck zu stehen, dass man was hochladen muss. Also ich dachte mir, komm Junge, du hast gerade sowieso gar keinen Bock auf YouTube, wenn du jetzt ein Video aufnimmst, alter, deine Abonnenten merken, dass du einfach gar keinen Bock hast. Und da kann eh nichts bei rauskommen. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Also ich mache es nicht für die Klicks oder für sonst irgendwas und ich mache einfach YouTube aus Spaß. Und wenn ich keinen Spaß habe, egal in welchem Zeitraum, dann lasse ich es auch sein. So ist das einfach. Aber nicht denken, dass ich irgendwie gequittet bin oder sonst irgendwas. Das würde ich niemals tun, ohne irgendetwas vorher zu sagen. Und das kommt sowieso allgemein bei mir gar nicht in die Tüte. So, ich wollte mich einfach nochmal melden. Ich bin da, Freunde. Keine Sorge, habe sofort wieder etwas regelmäßiger Videos. Ihr könnt gerne mal Wünsche in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr gerne als nächstes sehen? Schreibt es in die Kommentare und falls ihr einen Kommentar seht, was drauf zupasst, irgendwie drauf zupasst. Alles klar, da sind auch wieder die Sprachfehler am Start. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück. Falls ihr einen Kommentar findet, der eurem Wunsch wirklich entspricht, dann liked den Kommentar einfach, damit ihr diese Top-Comments entstehen. Und dann umgekehrt, ich es einfacher habe herauszufinden, was die Mehrheit denn auf jeden Fall sehen möchte. Ebenfalls könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da antworte ich, beantworte ich heute auch, also jetzt gleich, heute Abend wieder ganz, ganz viele Fragen. Also Nachrichten sozusagen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir da einfach folgen würdet. Und vielen Dank, dass ihr alle noch dabei seid. Ich bin wieder da, euer GamingGuides.de. Auf Wiedersehen. Gaming Guides, der Boss ist zurück in der Hood. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different.